Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, Transport Fever 2, Kampagne hier bei Heisenberg Zockt. Kapitel 1, Mission 1, wir sollen 5 Leute transportieren. Ach guck mal, 3 haben wir jetzt doch schon, das ist ja sehr schön, große Gaudi, Bonusaufgaben, Zugrollt, Menschen lassen, lass es dir nicht nehmen. Ja, haben wir ja gemacht, ok. Das haben wir glaube ich auch fertig. Moment, fehlt den nächsten Hinweis, Ernüchterung. Der Territorial Enterprise vermeldet, der Winkelmann ist tot. Sein Leichnam wurde den Wassern des Lake Tahoe übergeben, wo er auf 200 Meter Tiefe sinken, bewegungslos in einen Eisblock eingeschlossen und aufgrund des hohen Drucks auf die Größe eines Kleinkind schrumpfen wird. Ja, da lässt sich wohl nichts machen. Nein, das haben wir glaube ich noch gar nicht gehört. Ok, aber geschafft haben wir es. Jetzt, wie viele Leute haben wir? Ähm, 3 von 5 immer noch. Leute, Leute, benutzt unsere Kutschen. Wir brauchen 5 Leute, damit wir hier weiterkommen. Aber es ist halt einfach schön. Ich dachte jetzt gerade wieder hier. Wie dieser Markt gemacht ist. Einfach nett mit den ganzen Ständen. Man kriegt fast ein bisschen Hunger, wenn man das hier sieht. So Karotten etc. Hm, durchaus lecker. Da muss man nicht mal ein Hase sein dafür, damit einem das schmeckt. So, sollen wir schneller stellen? Ich würde sagen ja, weil wir können das nicht gross beeinflussen, was hier passiert. Also, die Leute müssen einfach transportiert werden. Da, jetzt müsste hier wieder einer dazukommen. Ne, jetzt haben wir sie schon. Hm, hm. Ein prächtiges Städtchen. Im Volksmund nennen sie es gar das Wunder von Carson City. Immer mehr Menschen wollen hier ihr Glück versuchen. Daran sollte man die Leute nicht hindern. Steige ins Passagiergeschäft ein. Deine Fahrkarten werden heiß begehrt sein. Okay, das machen wir. Sorge dafür, dass der Rest der Welt endlich Anschluss an das boomende Städtchen von Carson City findet. Okay, bau einen Passagierbahnhof bei Carson City und verbinde ihn mit dem Passagierbahnhof bei Rino. Das müsste ja hier oben sein. Nein, wo haben wir den Rino? Ach, hier hinten. Okay. Da haben sie auch schon mal die Brücke vorgebaut. Sehr gut. Das heisst, wir müssen hier erstmal die Gleise verbinden, bevor wir irgendwas anderes machen. Hier schön durchs Land durch. Mit einer ordentlichen Kurve. Geld haben wir ja noch. Ja, wir haben 107 Millionen. Also das ist kein Problem. Was die Finanzen angeht. Das wird wahrscheinlich in einer anderen Mission dann auch wieder anders aussehen. So, hier vorne fehlt noch der Personenbahnhof. Das könnte man aber eigentlich... Ja, okay. Ist vorgegeben. Ich wollte gerade sagen, man könnte den natürlich hier konfigurieren. Dass wir hier Passagiere auch aufnehmen können. Aber das wird nicht verlangt. Dann machen wir das so natürlich, wie das Spiel es möchte. Nämlich, was möchtet ihr denn hier? Ein Kopfbahnhof. Das sieht schon eher danach aus, als sollte das hier einen Kopfbahnhof geben. Wir drehen dich und machen dich wieder den Kopf kürzer. So, ein Gebäude wird abgerissen. Das kriegen wir auch hin, ohne dass da was abgerissen wird. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Ja, sie bauen halt gleich nochmal. Fröhlich, wie sie sind. So, reisen wir nochmal ab. Okay, Gleis. Nicht Gebäude. Gleis. Schnappen wir uns das hier. Und ziehen das mal da rein. Und dann hätten wir das nämlich schon. Okay, passt. Passt. Was noch nicht passt, ist dass noch kein Zug drauf fährt. Ist das auch schon verlangt? Baue Passagierbahnhof. Haben wir. Bei Carson City. Wäre hier. Und verbinden mit dem Passagierbahnhof. Bei Rino mit Gleisen. Ach, wahrscheinlich fehlt hier hinten noch was. Ne, doch nicht. Ne, ne. Da ist eigentlich alles verbunden. Was fehlt denn hier noch? Damit das klar macht. Passagiere reisen auch zu Zielen in anderen Städten. In der Reichweite einer Bushaltestelle können Passagiere zwischen Verkehrsmitteln umsteigen. Ja. Können sie. Hier. Da haben wir ja die Kutsche. Achso, bin ich im Pausenmodus? Nein, bin ich nicht. Warum wird das hier noch nicht angenommen? Müssen wir da tatsächlich jetzt schon den Zug draufsetzen? Ich meine, das ist das nächste, was wir sonst sicher tun müssen. Wir schauen mal. Haben wir hier ein Depot? Glaube nicht. Das Depot haben wir auf der anderen Seite. Hier ist zwar der Güterbahnhof. Nö. Dann gibt das ein Depot. Können wir das bauen? Jawohl. Wird da auch schon vorgeschlagen, wohin? Nein, das gefällt mir nicht so. Was passt denn jetzt im Spiel hier nicht? Einen Strassenanschluss haben wir. Cooler Bahnhof. Das muss man ja auch sagen. Oh, hier kann man sogar reingucken. Guck mal. Ja, ich komme leider nicht weiter runter. Aber man sieht, dass man reingucken kann. Fehlt ein Gleis? Oder wo ist das Problem? Wir gehen mal kurz gucken. Ja, hier fehlt tatsächlich ein Gleis. Beziehungsweise das hatten wir schon mal im normalen Let's Play. Dass sich zwei Prellböcke angeguckt haben. Da habe ich nicht sauber gearbeitet. Entschuldigung. Zack, da rein. Und schon klappt es nämlich. Eine Zugkomposition, die das Volk aus aller Welt nach Carson City bringt. Okay, baue ich ein neues Depot nach der neuen Strecke. Hättet ihr da einen Vorschlag, wo ich das hinbauen soll? Nein, das darf ich jetzt tatsächlich frei bauen, so wie es aussieht. Ja, dann machen wir das. Hätten wir eigentlich vorher schon machen können. Hätte aber nichts gebracht. Weil er ganz einfach da ein Stück Gleis gefehlt hat. So, einmal drehen. Machen wir dich mal hier hin. Das ist jetzt nicht so clever. Wenn man das machen würde jetzt im normalen freien Spiel, dann würde ich sagen, das ist nicht schlau. Weil man kann den Bahnhof nicht mehr groß ausbauen. Ja, deswegen lassen wir es. Ich wollte gerade sagen, warum soll ich es dann hier machen? Weil es halt gerade cool aussah. Aber das passt eigentlich auch hier hin. Zack. Wir nehmen wieder ein Gleis. Ja, und bauen das jetzt aber so, dass es auch funktioniert. Dankeschön. Zack. Kaufe dort eine weitere Lokomotive und drei Wagen. Gerne. Hinzufügen. Eins, zwei, drei. Haben wir. Kaufen. Dankeschön. Zeit, die Linie von Reno in die Silberstadt Carson City zu eröffnen. Ja, habe ich gerade gemacht. Hat es geklappt. Nö, irgendwie kommt hier noch keiner raus. Moment, Zug zwei, Linie. Linie zwei, Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Echt jetzt? Muss der zuerst da rein? Oder was ist jetzt das Problem? Da stelle ich eine Linie zwischen da. Hä, hä, hä? Ist die falsche Linie? Nein. So, mal gucken. Linie zwei. Ist das Linie zwei hier unten? Wir rufen mal die Linien auf und gucken mal schnell. Äh, ne, die ist da hinten. Oh, okay. Aber ich habe doch, habe ich denn noch gar keine Linie erstellt? Da stelle ich eine Linie. Dumm, die, dumm, die, dumm. Ich habe noch keine Linie erstellt. Okay, das kann mal passieren. So, jetzt haben wir eine Linie. Und jetzt kann ich den Zug tatsächlich auch zuweisen. Das ist natürlich dann doch relativ praktisch. Okay, machen wir hier nochmal diesen und dann nehmen wir eben die blaue. In Glenbrook gibt es Feuerholz, das die Dampfmaschinen in den Silberhütten so richtig schön zum Schnaufen bringt. Aber Vorsicht, dass dir nur die Cartwrights von der Ponderosa Ranch nicht über den Weg laufen. Mit denen ist nicht gut Kirschenessen. Okay, machen wir natürlich. Da bist du den Cartwright-Jungs gerade noch entwischt. Jetzt so schnell wie möglich eine ordentliche Ladung Baumstämme ins Tal schaffen, bevor die Rancher wiederkommen. Okay, ähm, hier haben wir die Hauptmission. Und hier unten haben wir die andere. Das wird jetzt einfach von alleine mehr oder weniger funktionieren müssen. Wir haben aber hier von der Ranch, äh, zur Holzanlieferung. Wo ist die? Die ist hier unten. Okay, und wo ist die Ranch hier oben? Ja, ich würde sagen, das machen wir wahrscheinlich am besten mit Kutschen. Also hier Holz, äh, beziehungsweise Baumstämme oder was auch immer das sein soll. Und hier unten abliefern. Sehe ich das richtig? Äh, Typ, Regel, jawohl. Äh, ja, Kutschen. Mit der Eisenbahn hier hoch würde ich nicht. Also, äh, machen wir mal. Wir brauchen, zack, das Teil. Dann brauchen wir Gebäude. Und dann brauchen wir hier nicht eine Bustramstation, sondern eine LKW-Station. Da könnte man auch was Kleines nehmen. Beziehungsweise, nee, das gibt es noch gar nicht. Okay, dann machen wir das hier. Kostet ein bisschen Geld, weil sie dann den Berg reingraben müssen. Ist aber egal. Wir haben ja das Geld. Zack, einmal hier. Hier unten haben wir ja die Haltedingens, glaube ich, schon. Wo muss das Holz hin? Nee, da haben wir, doch, das reicht. Nicht, das ist auch drin. Ja, 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 das reicht dicke. Also, neue Linie. Von hier nach hier oben. Zack, die Linien benennen wir jetzt mal nicht. Das ist die Kampagne. Ich glaube, da brauchen wir nicht unbedingt, dass wir jede Linie benannt haben. Haben wir ein Strassendepot. Ich glaube, doch, müssen wir da irgendwo haben. Wir haben hier ja Kutschen. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Gut versteckt, da hinten. Okay, Fahrzeuge kaufen. Wir brauchen das amerikanische Pferdefuhrwerk. Okay, äh, kaufen wir mal. Ja, machen wir mal drei Stück. Okay, Linie zuweisen wäre dann die Linie drei. Und das müsste eigentlich auch schon funktionieren. Oh, da haben wir eine Fehlermeldung. Aha. Und zwar... Gute Frage. Äh, die Linie wird nicht eingezeichnet. Aus irgendeinem Grund. Oder wird sie eingezeichnet? Moment, ich mache hier nochmal zu. Ich mache mal L. Er enthält zu wenige... Achso, ich habe die... Echt jetzt? Nein, nicht neue Linie. Die löschen wir wieder. Sondern die bestehende. Äh, das wäre dann hier gewesen. Die Linie fünf. Da fehlt doch tatsächlich noch was. Okay, Haltestelle hinzufügen. Jetzt. Jetzt wird ein Schuh draus. Okay. Passt. Sind unsere Fahrzeuge schon unterwegs? Ich glaube nicht. Doch, sind sie. Muss ich euch nochmal neu zuweisen, weil ihr nicht wisst, was ihr tun sollt. Ne, das ist Linie drei. Linie fünf. Ne, ne, das passt. Die sind tatsächlich schon rausgekommen. Haben wir eine gewisse Anzahl, die wir hier transportieren müssen? Liefere Baumstämme. Das ist nicht näher definiert. Okay. Dann können wir das lassen. Vielleicht sollte man... Also die lassen wir jetzt einfach mal arbeiten. Da oben liegt eh schon was bereit. Vielleicht sollte man hier hinten noch schnell gucken, dass wir hier noch ein, zwei Busse machen. Damit hier auch tatsächlich genug Leute daherkommen. Sechs haben wir schon. Einzugsbereich. Ja, der ist... Guck mal, wie fett der Einzugsbereich von diesem Bahnhof ist. Ne, da brauchen wir definitiv keine Busse hier. Dann können wir das Geld sparen. Aber wir sind hier noch nicht mitgefahren, fällt mir gerade auf. Lasst uns mal noch kurz einsteigen. Und dann fahren wir nochmal durch die Prärie. Machen das einmal mehr ein bisschen mit Tempo. Zumindest bis zur Brücke. Und dann möchte ich eigentlich das Tempo wieder unten haben. Und hier nochmal schnell den Zug in Ruhe betrachten. Wenn ich da meine Knöpfe finde. Jawohl. Oh, schön. Mit dieser wirklich auch sehr schönen Brücke. Die Texturen sind halt einfach auch cool. Also das ist alles so gestochen scharf. Ich spiele das auf 2K. Und ja, so sind die Videos ja auch. Aber beim Video wird natürlich immer ein bisschen rumgemanscht. Man kennt YouTube. Da wird nochmal komprimiert. Und ich weiss nicht, ob man das so genau sieht. Aber die Texturen sind halt einfach knackscharf. Das ist wirklich einfach nur herrlich. So, da wären wir hier auch noch angekommen. Wie viel müssen wir transportieren? Je 20. Okay, was haben wir hier an Bord? Noch kein. Aber jetzt werden wir Leute aufnehmen. Jawohl. Immerhin 11. Das heisst, die Hälfte haben wir schon mal. Und wir brauchen ja sowieso noch ein bisschen Zeit. Wenn wir hier eben auch das Holz noch transportieren sollen. Ist da schon jemand unterwegs? Ne, das ist halt schon. Das ist eine relativ weite Strecke. Und sie sind halt schon nicht ganz so schnell. Vielleicht doch nochmal ein, zwei Teile dazunehmen. Fahrzeug kaufen. Ja, machen wir mal nochmal vier Stück dazu. Zack. Linie zuweisen. Das war die hier. So, damit da auch ein paar Baumstämme dann wirklich da oben ankommen. Sollen wir hier noch mitfahren? Warum nicht? Das können wir auch machen mit schnellerem Tempo. Ich meine, da oben ist immerhin die Pontarosa-Range. Also von daher. So, Tempo erhöht. Da vorne ist der Kollege. Jetzt sehen wir hier vielleicht noch den Zug sogar. Ne, aber wild gewordene Pferde. Wackel, wackel, wackel. Und die Vögel sind auch wieder da. Cool. 10 km haben wir noch drauf. Hier geht es halt ordentlich bergauf. Aber schön. Mir gefällt die Gegend. Also irgendwie müssten wir dann tatsächlich auch mal noch ein Let's Play normales machen. Äh, mit diesem Setting. Und natürlich noch eins dann irgendwie mit normalem Setting. Also mit dem sozusagen üblichen Transport-Fever-Setting mit nördlich. Jaja, machen wir eh alles. Wir haben Zeit. Und wir haben keine Eile. So, Pontarosa-Range, wir kommen. Ich hoffe, die Cartwrights stehen jetzt nicht dort mit geladenen Waffen. Sonst hätten wir dann ein Problem. Wir brauchen das Holz. 6 kmh. Hm? Aber ich denke, den Zug hier hoch zu schicken. Ja, ne. Das ist viel zu teuer. Das zu bauen, das bringt nichts. Okay, wir können mit dem Tempo wieder runter. Das wäre dann hier gewesen. Da sehen wir schon, wie schön das eben gemacht ist hier sogar mit Seilen rundherum. Guck mal. Das ist ja cool. Wenn der jetzt auflädt. Passiert hier optisch nichts. Sehe ich das richtig? Oder passiert hier was? Der hat Viere geladen. Ne, aber das sind natürlich auch ordentlich welche. 39. Okay. Dann kannst du eigentlich wieder raus. Oder hast du ein Problem? Auf irgendwas wartet er. Machen wir mal schneller. Jetzt fährt er. Okay, das dauert ein Momentchen. Die haben einfach eine relativ hohe oder lange Beladezeit. Ist auch klar, das sind halt Kutschen. Also das sind ja keine modernen LKWs. Da geht es dann wahrscheinlich ein bisschen zügiger. Okay, 11.20 haben wir hier. Wie viele haben wir hier dabei? Nochmal 15. Okay, wir müssen eigentlich nicht rechnen. Wir können eigentlich einfach warten, bis das hier erledigt ist. Haben wir denn hier auf der Map sonst noch was, was ein Indiz wäre, dass da nochmal eine Aufgabe kommt? Ich glaube nicht. Also Städte haben wir keine mehr. Wo ist eigentlich dieses Häuschen hier? Das finde ich halt schon sensationell. Einfach ein Haus und der ganze See gehört diesem einen Haus. Hat nicht mal einen Zugang mit einer Strasse oder so. Also sensationell. Okay, und hier oben schaffen sich die Bretter beziehungsweise die Baumstämme. Ja, Baumstämme sind 47. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Kutschen. Ja, die kämpfen sich hier halt tatsächlich massiv hoch. Ähm, hier steht halt tatsächlich nicht wie viele. So schnell wie möglich. Eine ordentliche Ladung Baumstämme. Okay, ich gehe mich geschlagen. Wir kaufen uns doch tatsächlich nochmal ein paar von denen. Machen wir mal nochmal achte, weil wir einfach das Geld haben. So, Linie zuweisen, Linie 5. Und dann sind sie auch ein bisschen verteilt. Wenn man die nicht alle gleichzeitig kauft, hat man eben auch wirklich den Effekt hier. Ja, dass sich die entsprechend verteilen. Ich stelle aber trotzdem nochmal schneller, weil ich möchte ja hier natürlich weiterkommen. Und ich nehme mal an, nach dem ist wahrscheinlich dann die Mission etwa abgeschlossen. Weil eben, hier hat es keine Indizien mehr dafür. Weitere, dass man da irgendwo noch was machen müsste. Ja, wie cool das hier ist. Schaut mal. Ein richtiges Canyon-Teil. Hier mit Riesenbrücke. Da hat sich die Bahn das natürlich was kosten lassen. Also allein, was so eine Brücke kostet, einfach hier über die Schlucht drüber. So, ordentlich. Da kommt er eh gerade angebraust. Ein bisschen schnell für Spanisch-Brötli-Bahn, aber okay. Was haben wir denn hier noch für ein Problem? Personen nach Rino bringen. Das heisst, von hier aus nach da hinten. Da haben wir auch 14 Leute. Ah, passt doch. Sehr gut. Na, das passt doch. Also drücken wir mal auf okay. Die Personen fehlen noch. Aber das mit dem Holz hat ja schon geklappt. Kann ich jetzt die Kutschen ne, die lassen wir, weil die verdienen natürlich auch ein bisschen Geld. Und bei 104 Millionen können wir uns die Kutschen hier auch leisten. Also das können wir lassen. Aber die Mission haben wir noch nicht. Da müssen wir noch kurz warten. Wir können wieder auf Tempo schalten. Weil wir müssen jetzt gucken, dass wir hier genug Leute transportieren. 28. Ja, ja. Das sollte also auch nicht mehr ewig dauern. Entwickelt sich denn unser Städtchen hier schon ein bisschen. Hier hinten haben wir Massivindustrie. Und dahinter ist dann Feierabend. Das sieht man. Dann sehen wir mal noch den Rand der Map hier. Ja, sieht aus wie bei Tränenfieber und Transportfieber. Auch cool, dass sie das beibehalten haben. Okay, und dann zurück. 11.15. Ja, dauert halt ein Momentchen. Aber hier stapeln sich dafür die Leute jetzt. Sehr gut. Mit 21. Und hier an den Bushaltestellen haben wir den gleichen Effekt. 19 Leute. Da mache ich jetzt aber nicht mehr viel. Weil das Problem an der Kampagne ist halt, ich habe tatsächlich bei Transportfieber, bei der Kampagne jeweils wirklich, mich bemüht sehr schön zu bauen und hier mit das Ganze noch auszuklügeln. Eben, das würde heissen, hier noch mal ein paar Kutschen dazu und so weiter. Vielleicht noch ein Zug hier, das mehr transportiert wird. Und das alles mit dem Effekt, dass wenn natürlich die Mission vorbei ist, ist vorbei. Dann ist zack und weg. Und das habe ich dann irgendwann aufgegeben. Ganz einfach, weil ich wusste, das ist eine relativ temporäre Geschichte, die wir hier haben. Also hier schön bauen bringt nicht viel. Wir müssen einfach die Anforderungen sozusagen abschliessen, die hier an uns gestellt werden. Und dann geht es dann eh schon wieder zur nächsten Map. Jetzt haben wir hier 30 Leute. Man sieht, auch das wird dicke reichen. Er muss noch einmal nach da hinten düsen. Und dann haben wir das. Ich weiss nicht, ob wir die Mission dann haben. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich ja. So für den Anfang, eben, war die Mission ja relativ easy. Das ist ganz klar, das haben sie gemacht, weil es ein Tutorial sein soll. Und das ist es ja auch. Und jetzt wird es halt anziehen. Also, ich nehme an, äh, dann doch irgendwie, nicht gerade von 0 auf 100, in nur 2 Sekunden. Aber anziehen wird es trotzdem. Ja, und dieser Zug hier, der läuft relativ gut. Also das wäre tatsächlich so etwas, da würde ich dann relativ schnell einen zweiten Zug installieren. Weil, äh, das ist verschenktes Geld, wenn man das nicht macht. Aber eben, das habe ich gerade erklärt. Das bringt halt bei der Kampagne nicht viel. Weil ich schätze mal, wenn der hier sein Ziel erreicht hat, dann macht es Klingeling und dann ist die Mission gewonnen. Autosafe, das ist in Ordnung. Falls jetzt was abkachelt, haben wir keine Probleme. Wir nehmen den Zug mal in Empfang. Ich werde ja auch wieder runtergehen mit dem Tempo, sobald er in der Nähe ist. Dass wir ja nochmal eine vernünftige Einfahrt haben. Zack. So. Vernünftiges Tempo für einen vernünftigen Zug. Na, haben wir die Mission. Mal gucken. Zack. Aufgabe abgeschlossen. Passagiere transportiert. Tatsächlich. Tatsächlich. Und aus einer Ansammlung armseliger Baracken ist die mondänste Stadt im ganzen Westen geworden. Hier finden sich die exquisitesten Geschäfte, die besten Saloons und die schönsten Freudenmädchen weit und breit. Aha. Es bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, die Silberdollars auszugeben, die du dir redlich verdient hast. Dein Eisenbahngeschäft ist die wahrhaftige Goldgrube im Staate Nevada. Sehr schön. Haben wir geschafft. Spiel fortsetzen, würde ich mal sagen. Ach so, nee, wir müssen ins Hauptmenü. Genau. Wir müssen raus. Beenden. Ins Hauptmenü. Und dann im Prinzip das zweite Kapitel starten. Das war bei Transportfieber auch so. Das 20. Jahrhundert ist angebrochen. Die europäischen Großmächte sind dabei, die letzten Fetzen der Weltkarte unter sich aufzuteilen. Das deutsche Kaiserreich will endlich auch einen Platz an der Sonne. Es wittert seine Chancen am Bosporus, wo der launische Sultan Abdulhamid II. über ein riesiges Gebiet herrscht. Zeit, den Deutschen das größte Infrastrukturprojekt in ganz kleinen Asien zu sichern. Okay, das ist immer noch Kapitel 1. Dann müsste das aber Mission 2 sein. Steht gerade irgendwo nicht. Ist egal. Was hat das hier? Russland um die Jahrhundertwende. Ach, könnten wir uns aussuchen. Okay. Die Insel Java. Ein tropisches Juwel inmitten des Indischen Ozeans, gewissenhaft verwaltet durch akribische niederländische Bürokratie. Wir schreiben das Jahr 1870 und die Kolonie befindet sich im Umbruch. Neuerdings ist es Privatpersonen erlaubt, Ländereien zu pachten und Plantagen zu bewirtschaften. Das fruchtbare Land bietet ideale Bedingungen für den Export zahlreicher Kolonialwaren. Auf zu einem exotischen Erlebnis. Okay, das sind also sechs Missionen im Kapitel 1. Drei Kapitel sind es. Das heißt, es sind 18 Missionen und jetzt kann ich hier aber frei wählen. Ich würde sagen, wir machen das Zweite. Oh, ich sage das nochmal. Ernst, das wiederholt er das. Okay, wir machen das hier. Ich denke, das Zweite wäre am naheliegendsten. Ich glaube, das hier ist wahrscheinlich dann schon relativ schwierig. Okay, jetzt, Moment. Ja, wir machen das hier. Ich drücke mal auf Start. Erzählt immer noch. Ja, das würde ihm von der Zeit her aufpassen ungefähr. Ländereien zu pachten und Plantagen zu bewirtschaften. Das fruchtbare Land bietet ideale Bedingungen für den Export zahlreicher Kolonialreich Ja, jetzt verstummter, weil jetzt kommt die Zwischensequenz. Gewiss das vortrefflichste Kolonialreich unter der Sonne. Voll mit köstlichen Früchten und wohlfeilen Arbeitskräften. Du stehst im Dienste der Kolonialverwaltung. In der Ingenieurskunst hochbegabt bist du berufen, das hiesige Transportwesen zu reformieren. Komplettiere diese Aufgabe zur Zufriedenheit der Krone. Dann winkt dir vielleicht gar der Gouverneursposten. Ja, okay, das werden wir natürlich machen. Sehe ich hier Vulkane, ich sehe Vulkane. Transport ist eine sehr gefragte Dienstleistung auf diesem wenig zivilisierten Eiland. Es ist bei Strafe verboten, Zugtiere wie Ochsen zu essen. Deshalb hatte ich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Eisenbahn zu bauen, auf das die Plantagenwirtschaft prosperiere. Der köstliche Kaffee soll aus dem fruchtbaren Hinterland zwecks Verarbeitung in dem Betrieb nahe der Stadt befördert werden. Wer weiche und wohlfeil bauen will, vermeidet unnötige Steigungen. Okay. Nimm die erforderlichen Vermessungsarbeiten vor. Okay, werden wir machen. Ich wollte gerade noch sagen, dass man die Ochsen nicht essen darf. Unser eins ist sein Auto auch nicht. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese hat euch ein bisschen gefallen. Wir haben die Mission 1 abgeschlossen. Jetzt heisst es Mission 2 hier in den Tropen zu bewältigen. Das werden wir hinkriegen. Da bin ich relativ zuversichtlich. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.